Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei SONAR Online Last Recollection und ich weiß nicht warum ich das gemacht habe und jetzt gegen diese scheiß Viecher kämpfen muss. So, äh, gehen wir weiter. So. Warte mal, wo müssen wir eigentlich hin? Karte ist rechts. Also doch nach rechts rum, oder? Oder ich muss komplett außen rumlaufen? Nee, doch nicht. Hallo? Äh, hallo? 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 Bist du das da? Verzerrt das Erz. Ja, ja, passt schon. Lass mich da hoch. Hallo? Also eigentlich soll ich dort da hoch können, oder? Ich versuche mal außen rumzulaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gerade irgendwie verbuggt ist oder irgendwie anderweitig. war ich nicht so hoch? Was geht ab? Oh, der verfluchte Puppe. Auch dann gegen Monster. Ja, dann lassen wir das hier lieber mal. Selbe Zahnkeile. Ja, ich sehe nicht. Ich wollte gerade sagen, alle können mal angreifen. Oh, ich kann dich nicht nur... Achso, der ist eh tot. Äh, ich glaube, da komme ich wohl bloß zum anderen Ding zurück. Also bisher sind die Feinde noch relativ... Was haben wir das? Genau, da waren die Spinnenviecher. Ah ja, da links rum. Jetzt greifen sie mich doch an, Schweine. Aber was gab es da, dieses Ding? Okay. Ja. 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 Die Gitarre? Die Gitarre? Die Gitarre? Also bitte ganz vorsichtig. Klingt vernünftig, äh, wir bleiben lieber extra weit, so. Treibst du nicht, sonst wirst du viel zu schnell müde hier schon. Du musst etwas zu entspannen, Kirido, aber du bleibst wohl lieber cool. Genau, also dann mal los. Los. Äh, Speicherplatz aktiviert. Ja, das war's. Was ist das? Äh, äh, wo soll ich jetzt hin? Moment mal, ne, da geht's nicht weiter, also das heißt, darum. Okay, schauen wir nochmal, was gibt's denn da? Ich bin der Herrscher der Schlacht, du die Quelle aller Offenbarung. Doch euer Weg bleibt hart, nach dem Gesetz der Stärke gewähre ich euch Wissen. Brauchen, betet einfach zu mir. Stärker werdet, desto mehr Taktiken kann ich euch gewähren. Äh, Kunstpanel Agrocheck. Schützen, das entdickt. Okay. Erstes Grad, ich lösste sie, brauchst du sie für späte Skillpunkte. Kostet Skillpunkte 0 von 34. Erhalten. Ausführen bei 15% oder weniger deiner Agroanzeige. Ah, unter taktischen Künstler kannst du die Kunstpanels überprüfen und anpassen, die im Befehlsmodus eingesetzt werden. Ja, das hat, haben wir das nicht alles schon? Also ich war ja hier schon. Also ich kann jetzt eigentlich, wenn ich möchte, das Combo-Befehl Skill für Kunstpanel festlegen. Nee. Kunstpanel anpassen. Äh, pfff, alter, leck mich. Ach so, wenn er, wenn ich das drücke, macht er das. Ja, jetzt verbraucht er 300. Äh, kann ich das entfernen? Wie entferne ich das? Hallo? Außer wenn wir die Tutorial wiederholen, eine weitere Einstellung, Info anzeigen. Ach so, die Info kann ich auch wegtun. Änderung nicht speichern. Ah, so geht das. Keine Ahnung, Alter, als ob ich das brauche momentan. Also wenn die Gegner nicht gerade... Du bist doch größer, oder? Geh da, auuuf. 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 Pferde? Ah ne, warte mal. Warte mal, welche? Achso, die haben so einen langen Schwan. Oh, sehr schön. Was ist das Ziel schon wieder? Gerät hat mehrere Schäden und reagiert nicht. Die Anzeige für den Wichtigung scheint aber noch zu funktionieren. Rind nach rechts. Es scheint defekt. Ja, okay. Das gibt bloß keinen. Warte, ist das ein Org? Konstruierter Soldat? So, es ist möglich. So, es ist etwas, was ich vorbe. So, es ist die Pläne. Ich bin sehr, was ich hier bin. Ich bin sehr, was ich hier bin. Ja, aber es ist ja noch ein Schwanes. Ich bin sehr sicher, dass die Pläne zu leben, die keine Worte sind. Ich bin nicht mehr als Schwanes zu leben. Ja, ich verstehe! Tja noch nicht so eine Schuss, die Vorschuss im Kingdom, der Schuss im Schuss. Das ist für die Schuss im Kuss aus dem Gehirn. Mit der Himmel ist die Sonssohärgüsten so gut. Was die Schuss im Kuss ist, das ja? Schuss im Kuss ist, dass er keine Schuss im Kuss im Kuss. Entdehän, ich weiß, die Schuss im Terrania. Geh... Es ist ein Geist von Gott, zu unserem Armut. Ja, zu dem ich das? Das ist es, ein Geist von Gott. Dr. Hörbäckter Es ist auch der Ange-Bäckter-Sein. Der Ange-Bäckter-Sein ist, in der Ange-Bäckter-Sein, der die Ange-Bäckter-Sein des Gätschensystemen ist, der der Ange-Bäckter-Sein der Ange-Bäckter-Sein ist. だからこそ,暗黒界には,力こそ全てという,弱肉強食の思想が、強く根付いているのだと 我ら和平三道派にとっては,恐ろしい相手です ベクタ様は,人海の神々と同様に,この地に降り立つことはなく,今は身を潜めておられますが Wenn wir zurückkommen, dann die Schlechung der Anmacht der Alltäuner sind, als der Böckter-Klechung von Böckter hat nicht überlegt. Und das Werteidige der Böckter-Klechung von Böckter-Klechung der Böckter-Klechung, der Bege zu beurteilen und die Waffeilungsten Waffen muss nicht sein. Ja. 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 Ich habe gedacht, dass wir die Vektor zurückkommen haben. Ich glaube, dass wir uns nicht zu tun haben. Was hast du? Es ist auch ein Schmerz. Ich glaube, das ist ein Schmerz. Das heißt schnell. Es ist schnell. Aber wir haben uns schon ein bisschen anders gemacht. Ach so. Wir haben uns schon mal einen Schmerz zu haben. Ja. Das ist ein Schmerz zu sein. Aber wenn wir auch noch etwas passieren können, ich werde nicht schmerzen. Was ist das jetzt? Wie? 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 Wo? Das ist mal das jetzt. Ich will mich so... Huh? Scheiße, der ist immer noch dabei. So, nach der erholsamen Pause geht es jetzt weiter in das Gebiet der Orks. Natürlich, let's go. Ähm, hoi! Alter, Medina ist erst auf 6. Achso, die leveln nicht mit, die Schweine. Boah, Scheiße, da sind noch einer. Äh, ist das überhaupt schon voll? Nee. Keine Ahnung. Bogen des Unheils. Wir haben noch die richtige dabei. Ausrüsten. Sinon, der Bolid-Bogen. Scheiße, der ist stärker? Huh. Stimmt, wie schaut es eigentlich bei mir aus? Vergiss mal ja nicht. Lazzulit-Klinge. Wow. Die einzige, was ich gefunden habe und ist viel schwächer. Schwarz-Klinge-Kluft. Das ist ja normal. Oh, nee, ist schon alles genau gleich aus. 75, 80. Stärke geht ein bisschen runter. Um zwei sogar nur. Verscheinung wieder runter. Angriff geht ein bisschen runter. Boah, ein bisschen besser ist es schon. Besser ist das. Oh, wo geht es jetzt da schon? Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Kaputte Säcke. Überfallen. Nimm das herum, ist wirklich alles knapp. Aber ist das schon schlimm? Vielleicht zu den Opfern? Hä? Wo sind wir überhaupt da hin? Ich habe am Ende gefunden. Ein echtes Chaos. Blut und Tinte. Na, wie habe ich mich versündigt? Ich wollte sie nur noch einmal sehen und ich habe das Scheusser gerufen. Büßen, aber ich kann sie einfach nicht töten. Da ist sie alles, was von mir bleibt. Ich hoffe, jemand befreit das Kind. Das Kind wartet hinter der Tür im Osten. Privatgemächer sind der Schlüssel. Mein geliebter Tochter, vergib nie deinem törichten, schwachen Vater. Letzte Worte Ende nur einem verschmierten Strich. Der Vater, der Fußball das Wesen erschaffen hat, weil sie erst seine Tochter wiedersehen wollte. Finde sein Versteck. Frankenstein. Prüfung stellen. Drei Attribute testen, wenn wir was trainieren. Schlitzen durchbohren, schmeldern. Angriff haben drei Attribute. Schlitzen durchbohren, schmeldern. Offensivskills besitzen eins davon. Ich sehe, skill den von manchen Gegner sind Resistenz gegen diese Attribute oder sehr anfällig. Rechts nehmen wir einen LP-Balken. Glückwunsch. Hä? Was? Das war doch nix. Hä? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die wollen mich doch verkohlen. Solos klingen. Hey, die raumlos 297. Was gibt dem immer so'n Scheiß? Die Hauptschwänner, was ich hab, die sind viel stärker. Alter! Du bist dreimal so breit gebaut wie er. Ey, hörte! Du bist der あlger-Balken-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll-K Pech. Diese Seite gucken. Kirito, ich will sie helfen. Haha Alter, hört auf zu diskutieren, wenn es in Gefahr ist. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alter, ihr ignoriert es im Prinzip gerade. Wir stehen halt fünf Meter weiter so. Wir werden das nicht ignorieren, aber wir werden hier stehen bleiben. Ich habe die Ritterprinzessin geblieben, aber wir werden hier stehen bleiben. Wenn es hier die Ritterprinzessin ist, warum kann die... Gibt es jetzt Schnitzel? Hör mal, schau mal mit Aligane. Hör mal, schau mal mit Aligane. Du hast auch die Ritterprinzessin geblieben. Ich bin ein großer Teil, aber ich bin ein großer Teil, oder? Hahaha. Das ist die Ritterprinzessin. Hör mal, bitte. Warum kommt die vor der Saison? Was ist das? Kirito-kun sagt, lass uns die Mädchen! Wenn nicht, dann gehen wir von hier! Wir beginnen mit der Krieg. Gehen Sie! Gehen Sie! Ich bin sehr klar, aber Sie sind? Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito. Ich bin der Kirito durchsabst. Ich habe mich nicht möglich gesehen. Ich habe mich nicht geschaut. Ich habe das Problem. Ja, ich bin der Korka-Lehng-Werr. Ich bin sehr dankbar. Du bist auch okay? Ich muss einen schönen Tag gehen. Ich kann mich nicht mehr überlegen, was ich. Ich kann mich nicht mehr überlegen, was ich. Ich kann mich nicht mehr überlegen, was ich. Rehn-Ju-Sama. Wir sind die Menschen und die Frauen. Sie sind ein Mann. Ja. Ich kann mich nicht mehr lieben. Das ist das Wichtigste. Hätte ich doch nicht gerade gekokst, Alter, ihre Nase ist voll weiß. Wie ist denn zu wegschleifen? Ich bin sehr gut. Danke. Ich habe mich sehr gut bekommen. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe mich sehr glücklich. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Gut, wow. Ah, sie ist eher... fürs Verhandeln während er der Troublemaker ist. Alter, wir waren doch nicht mal bei den Orks. Ah, ich glaube, wenn man in den Ort gehen kann, wird es nicht anders. Wenn man die Zeit verhindert, kann man sehen. Um den geschnitzten Holz armreifen würde sich alle Kunden reißen und so seufzt. Geht ja schon wieder los, keiner. Komm schon, wo geht's lang? Ja, 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 die Straße wird noch genauer in unser Ziel. Nur noch ein bisschen, nicht trütteln. Aber wollten wir nicht zu den Orks und jetzt einfach so... Okay, gehen wir zu den Goblins. Passt schon. Nichts soll er reagieren... äh, registriert. Dann bitte ich mich an der Stelle schon wieder bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal bei der nächsten Folge halt. Wenn wir zu den... nein, warte, jetzt gehen wir zu den Goblins. Irgendwie sowas. Macht's gut und Servus. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Hin到 derhood und darauf hinzufinden. Wir sehen uns dann in den nächsten Folge halt. Tschüss. Wir sehen uns dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020